Mehreren Berichten vertrauenswürdiger Insider zufolge scheint die Zeit von Prinz Harry in Amerika zu Ende zu sein. Wie Sie wissen, trat Harry im Jahr 2020 von seinen königlichen Pflichten zurück und zog mit seiner Frau Megan Markele nach Kalifornien. Ihre Entscheidung beruhte auf dem Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit und Freiheit von der intensiven Medienbeobachtung, die mit dem Status eines hochrangigen Königshauses einherging. Leider lief seit ihrem Umzug in die USA nicht alles wie geplant. Er und Megan sahen sich ständiger Kritik ausgesetzt, die von ihren Geschäftsbeziehungen bis hin zu ihren öffentlichen Äußerungen über die königliche Familie reichte. Und jetzt hat ihre Situation eine noch dramatischere Wendung genommen. Berichten zufolge hat ein Bundesrichter in Kalifornien ein endgültiges Urteil gefällt, das zu Harrys Abschiebung aus den USA führen könnte. Dieser Rechtsstreit ist auf einen anhaltenden Streit zwischen Harry und der Regierung über seinen Einwanderungsstatus zurückzuführen. Als Nicht-US-Amerikaner als Staatsbürger durfte Harry nur mit bestimmten Visa im Zusammenhang mit seiner Arbeit oder als Angehöriger von Meghan, die durch ihre Mutter die doppelte britisch-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, im Land bleiben. Letztes Jahr stellte sich jedoch heraus, dass Harrys Arbeitserlaubnis abgelaufen war und er in den USA lebte. Mit abgelaufenem Visum. Regierung leitete eine Untersuchung ein, und Einwanderungsanwälte argumentierten, dass Harry die Bedingungen seines Visums ausgenutzt habe, um den Status eines ständigen Wohnsitzes zu erlangen, ohne die ordnungsgemäßen rechtlichen Wege zu beschreiten. Dies löste bei den Beamten Bedenken aus, die glaubten, dass Harry als Berühmtheit eine Sonderbehandlung erhalte und sich nicht wie andere Einwanderer an die Regeln halte. Nach monatelangem juristischen Hin und Her erreichte der Fall letzte Woche seinen Höhepunkt, als Richter Robertus Müller III am Bundesbezirksgericht sein endgültiges Urteil verkündete. Berichten zufolge hat Richter Müller mehr als eine Stunde damit verbracht, akribisch seine Gründe darzulegen, warum er sich den Behauptungen der Regierung angeschlossen hat, dass Harry gegen das US-Gesetz verstoßen habe. Visa-Bestimmungen Richter Müller wies die Argumente der Verteidigung zurück, dass Harrys Arbeit mit wohltätigen Zwecken verknüpft sei oder potenzielle Sicherheitsrisiken bei einer Rückkehr nach Großbritannien mit sich bringen würde. Ich habe entschieden erklärt, dass niemand, nicht einmal Mitglieder der britischen Königsfamilie, über dem Gesetz steht. Der Richter führte weiter aus, dass Harry die ihm im Rahmen seiner Visa gewährten Privilegien missbraucht und keine ernsthaften Anstrengungen unternommen habe, um seinen legalen Status aufrecht zu erhalten. Er fügte hinzu, dass Harry anscheinend glaubte, sein Ruhm entbinde ihn von der Einhaltung der Gesetze des Landes, ein Präzedenzfall, den das Gericht nicht akzeptieren könne. Infolgedessen widerrief Richter Müller Harrys aktuelles Visum und untersagte ihm, in Zukunft weitere Visa- oder Einwanderungserleichterungen zu beantragen. Er gewährte Harry 30 Tage Zeit, die Vereinigten Staaten freiwillig zu verlassen, andernfalls drohte ihm die Abschiebung. Quellen zufolge war Harry von der Härte des Urteils überrascht und bat um mehr Zeit, um seine Angelegenheiten zu regeln. Richter Müller lehnte seinen Antrag jedoch ab und wies darauf hin, dass Harry im vergangenen Jahr reichlich Gelegenheit gehabt habe, die Angelegenheit zu klären und das Land legal zu verlassen, wenn er die Visa-Bestimmungen nicht einhalten wolle. Augenzeugen berichten, dass Harry den Gerichtssaal in einem Zustand des Schocks und der Aufregung verließ. Er rief sofort Freunde in Großbritannien an und drückte ihm seine Besorgnis über die bevorstehende Abschiebungsanordnung aus. Die Nachricht von dem Urteil verbreitete sich schnell im Internet und löste weltweit Reaktionen aus. Unterstützer des Paares kritisierten die Entscheidung als grausam und herzlos, während Kritiker argumentierten, sie zeige, dass niemand vom Gesetz ausgenommen sei. Berichten zufolge war Meghan untröstlich angesichts der Aussicht, dass ihr Mann gezwungen werden würde, das Land zu verlassen, das sie jetzt als ihr Zuhause betrachten. Am Wochenende berichteten königliche Quellen von dieser schockierenden Wendung der Ereignisse. Es wird gesagt, dass Prinz Charles und andere hochrangige Mitglieder des Königshauses mit den Folgen von Harrys Einwanderungsproblemen rechneten, aber nie mit einer vollständigen Abschiebung gerechnet hatten. Nun herrscht große Sorge über die Auswirkungen, die dies auf die psychische Gesundheit von Harry und Meghan sowie auf ihr bereits angespanntes Verhältnis zur königlichen Familie haben wird. Berichten zufolge ist Prinz Charles bestrebt, seinem Sohn auf jede erdenkliche Weise zu helfen, ist sich jedoch bewusst, dass seine Möglichkeiten durch die USA eingeschränkt sein könnten. Legaler Prozess Die Königin selbst soll über die Turbulenzen, mit denen ihr Enkel konfrontiert ist, traurig sein. Berater gehen jedoch davon aus, dass sie davon ausgeht, dass Harry seinen eigenen Weg freiwillig gewählt hat und sich der möglichen Folgen einer vollständigen Trennung von der Anstalt bewusst war. Unter diesen Umständen betrachtet die Königin die Entscheidung des Richters als fair und respektvoll gegenüber dem amerikanischen Rechtssystem. Allerdings konnten niemand vorhersehen, dass die Angelegenheit in diesem Ausmaß eskalieren würde, und die Spannungen sind hoch, während Harrys verbleibende Zeit in den USA immer knapper wird. Boden Die Zukunft scheint für Prinz Harry nun völlig ungewiss.